Na ihr Klein-Afen? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Survival Games! Ganz genau! Und wir spielen so wie wir es wollten. Ja, auf romahd.net, genau. Und wir spielen Roseville, so wie es geplant war. Ja, das wollte ich sagen. Ja, ja, das wollte ich sagen. Es ist eine 24er-Map und 150 Kisten, glaube ich. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Ja, 150 Kisten. Guck, guck, guck. Guck, guck. Was? Ich weiß schon aus dem Kopf. So, das ist Roseville. Da, ich sehe dich, Robert. Ja, neben mir steht Furzkopf. Ja. Okay, bei mir hat heute keiner einen Skin, außer ich selbst. Und da hinten ein Pinguin. Von daher hoffe ich, dass ich dich nicht versehentlich töre. Oder einmal Schlage oder so. Ah, verdammt. Oh, 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 Schwert. Oh, da war so geiles Zeug, war da in den ganzen Chests. Oh, hier ist wenigstens ein bisschen was. Und da ist noch ein Chess. Ah, da, da. Oh, ich bin rechts von dir weg. Rechts von dir? Okay. Rechts von dir? Ja, die Map Roseville ist eigentlich so eine kleine schnucklige Map. Schön klein und knackig. Ja, das ist eine Wand, ne? Ja. Vor allem noch vor der, vor der, äh, Schmollwand. Vor der Wandwand. Oh, Steinschwert ist gut. Hier ist noch ein Chessier. Ja. Ja. Da muss ja kein anderer Eintem. So, da rechts sind zwei. Oh, warte mal, ich hab bessere Schuhe. Hast du gerade gesehen, was ich gemacht hab? Was? Ich hab durch die Glaswand durchgehauen. Ach, jo. Hey, du hast meine Punkte mit aufgesammelt. Ja, das war Absicht. Weiß, ich dachte, dass du das mit Absicht machst. Du Hund. Nein, bitte Affe. Ähm, ich habe noch einen Hut für dich, einen Lederhut. Sind das denn für Lehen hier? Amboss-Lehen? Ja, das ist sehr bequem, hab ich gehört. Ich hab das letzte Sticks gesehen. Ein, äh, Steinschwert. Okay. Da hinten ist einer. Mal so. Ja. Wollen wir vielleicht auch mal campen? Sind das vielleicht, äh, Mitspieler-Tracker sozusagen, diese Reaper-Geräusche? Reaper-Geräusche. Na, ich hör mal so Reaper-Geräusche. Da ist noch einer? Als ob man Reaper schlägt. Oh, da drin. Zwei, aber. Mindestens zwei. Ja, ja. Hier rechts. Oh, geil. Äh, du bist schon drin. Der hat mich noch gar nicht verstanden. Ah, stuui. Wurde von Dirk gedötet. Von mir gedötet. Äh, ich habe einen Diamanten, ja. Lass mal schnell hochflitzen. Dass wir hier nicht so leicht Opfer sind. Und dann verteilen wir mal schnell. Hier ist noch eine Kiste. Nichts. Äh, Werder-Hut, hast du noch einen Harmisch-Robot? Äh, du hast doch einen an. Äh, eine Hose? Ich habe bis selbst keine. Guck mal, da sind bessere Schuhe drin. Die habe ich gerade extra reingepackt. Pass auf, unten sind ganz viele Leute, wa? Ganz viele Leute. Ich finde das ein bisschen, ein bisschen doof. Man muss sich hier immer, äh, ungewöhnend, dass man so langsam regeneriert irgendwie. Ja, hat man das Gefühl, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist tatsächlich so. Da vorne sind zwei. Vor allem im Gegensatz, äh, zu Rennschnitzel, wo die Maps so groß sind, und man, guck mal, von links, oooohh. Oh, aber der hat schon so viele Pfeile im Kopf. Ja. Da gehen wir noch ein paar mehr. BAM! Durch die Ecke. Oh. Achso, der ist hier. Hä, bist du, bist du da? Hier, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ah! Hinter uns. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin mit mir, mein Freund. Gut. Hose. Äh, hier habe ich auch noch eine Hose für dich. Danke. Oh, jetzt habe ich einen Pfeil geschossen. Ich dachte schon. Mach's mir Angst. Äh, ich habe auch noch eine bessere Hut für dich. Aber hast du genug Pfeile? Sehe ich gerade. Ja, ich habe mega viel. Oder hast du noch einen Bogen übrig? Ja, Pfeile hatten wir ja viel. Guck mal, hier stimmt, hier, komm. Danke. Ich habe auch keinen Gedanken daran verschwendet. Nein, du kriegst nicht. Also ich schmeiße mal schnell ein bisschen Dreck hin. Ich habe einen Diamanten übrigens. Äh, da müssen wir hier reingehen, ne? Meinst du? Ja, das war doch auch so aufgebaut. Die Gebäude spiegeln sich doch. Hier, das ist. Hier ist er, hier ist er. Äh. Warte, nicht so flink. Ich mach den, ich mach den. Warte, jetzt habe ich noch gepusht. Okay, du hast ihn. Wuh! Ja, ganz schön. Der ist ganz schön was aus, wa? Ja. Große auf, dass wir uns nicht gegenseitig prügeln. Dass der nicht das Feuerzeug einsetzt. Wow! Hä? Alter, wie viel hat der denn? Nein, jetzt bin ich in den falschen Raum. Und du brennst. Ja, ja. Ja, lass jetzt mal hier reingehen. Ja, sei lieber vorsichtig. Ja, ich hab keinen Bock da jetzt so eine geile Runde zu verlieren, bloß weil ich... Äh, ich hab schon was gemacht, was zu verlieren. Oh, was? Guck mal hier. Ja. Das ist ein Bild habe ich auch, warum auch immer. Was hier ist? Was ist komisch, dass der jetzt so viel ausgehalten hat? Aber echt mal, unglaublich, was der alles ausgehalten hat. Guck mal, der kommt zurück, glaube ich. Vielleicht hast du's gesehen. Aber auch ein Feuerzeug, mein Freund. Es tut mir auch. Zutritt nicht gestattet, was ist denn das hier? Schlafzimmer? Hä? Oh Gott, es tut mir so leid. Das ist mir noch nie passiert. Du bist einfach so attraktiv und mein letztes Mal ist schon ein bisschen her. Ich werde jetzt gehen. Okay. Der ist in dem Haus gegenüber, denke ich. Komm, dann lass da bloß mal so... ...klammen erstmal schön ausmachen. Ja, oh, da ist er. Also, sieht zumindest stark danach aus. Hier, müssen wir hoch, dann. Leiter? Abdeck, abdeck, abdeck. Fortskopf. Das war aber ein anderer, ne? Ja. Äh, da drüben ist das... Ne, das war was anderes. Ne, das war unser Blitz. Ja, ich dachte, ich hab da einen Namen gesehen. Aber das ist hier mit den Quarzblöcken. Das sieht auch immer so ähnlich aus. Ja, manchmal, ne? Da hinten läuft einer, da hinten kommt einer. Okay. Ja. Äh, pass auf, bei so einem Treppen ist man immer besser dran, wenn man von unten kommt. Ja. Okay, da drüben ist der, der ist da drüben drin. In dem Gebäude, in dem wir gerade waren. Ja. 30 Sekunden noch, ne? Komm, 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 komm. Ja, ich komm, ich komm, komm. Ah, ich hab den, hab den. Tot. Ja, umgespielt, getötet. Was? Nein, der hatte den Skin. Achso, bei mir nicht. Ach, hast du zufällig noch drei Gegner? Das war einer. Besseren Harnisch? Äh, ich hab... Nee. Ich wollte euch sagen, ich hab... Doch, hab ich hier. Ich hab zwei. Ich sag jetzt mal, nee. Boah. Schnell weg. Okay. Okay, mach mal, mach mal. Aua, aua, aua. Mach du. Okay, du brennst. Ich dachte, nicht. Komm, von der anderen Seite. Ich bin mit dabei. Nein. Ich bin mit dabei. Gut. Ich bin wieder angezündet, dieser Penner. Alter, wie viel Pfeiler hat der denn? Jawoll. Ich hab ihn auch mal getroffen. Ich hab noch zwei Herzen. Das ist super. Ich hatte auch noch zwei, wo du mich abgelöst hast. Okay, ein Glück. Das war gut gemacht, wa? Das war eine vollgeile Runde. Ich glaube, das waren jetzt bestimmt drei, vier, fünf, sechs Kills oder so. Ja. Wir beide verteilt. Boah, ganz gut. Äh, ich hab vier Herzen. Ich hab ein paar mehr, aber ich... Was auch, wir machen. Oder so, ja. BNT in die Mitte und wir gucken einfach. Ja. Ach, das geht nicht, oder was? Äh? Geht das nicht im Deadmatch? Ich hab gar nichts. Ja, sieht so aus, ne? Sieht so aus, ne? Ja. Wollen wir einfach loslegen? Äh, steht irgendwo eine Zeit? Ja, okay, mir fehlen drei Herzen, aber was soll's. Los. Ah, der macht ja schießen. So war das jetzt nicht gedacht. Ah, du, es geht ins Feuerwerk. Mann. Oh, danke. Sag doch gleich mit schießen. Ja, jetzt wein ich. Ja, das ist ein Deadmatch halt. Nee. Nein, nicht weinen, Robert. Nicht weinen. Die nächste Runde lass ich dich gewinnen, okay? Nee. Nee. Ja, das war, äh, Roseville. Warum sind wir hier schon wieder drin gespawnt? Bist du auch hier gespawnt? Ja. Ja, ach, Robert, nicht weinen. Das kann ich nicht mit umsehen. Wenn so hübsche junge Damen wie du weinen. Ja, Roseville. Robert, sag doch noch was zu. Wir sehen uns das nächste Mal. Oh, nein. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.